hallo freunde der virtuellen landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 22 auf der oberon so wir haben jetzt die lager gelehrt das gute stück wieder zurück zum hof dann werden wir uns so einen kleinen die kleinen strautmann kaufen und den als ballenwagen konfiguriert kaufen und dann werden wir die eierpaletten laden und die eierpaletten verkaufen wahrscheinlich muss ich auch wieder hier hochfahren was werden wir noch sehen ja 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 Ja, die Stadt hat schon ein bisschen was, hat schon einen gewissen Flair. Ich würde natürlich auch Pflegebereifung umstellen und dann, wenn das andere Feld noch düngen. Sofern wir natürlich düngen müssen, da müssen wir noch gucken, aber das schauen wir mal, wenn wir am Hof sind, haben wir natürlich ein bisschen Zeit. Ich denke mal, dass wir 30.000 zurückzahlen können am Kredit. Ich glaube, der Anhänger wird so um die 12.000 kosten. Ah, ist das Feld fertig angesät? Das wäre ja cool. So. Ich wollte noch gucken nach der Bodenbeschaffenheit. Eine Stufe, die können wir düngen, definitiv. Das Feld können wir düngen, das Feld noch ansehen und das Feld noch ansehen. Das finde ich jetzt sehr gut, dass das schon fertig ist. Da fahren wir mal kurz mit aufgeklappter Sähmaschine da nach hinten. Ja, ich weiß auch, ein Bauer macht nochmal keine Monokultur. Ach, wisst ihr was, dann gibt es halt auf das andere Feld noch Sojabohn. Dann haben wir keine so große Monokultur, sondern haben es etwas verteilt. So. Dann müssen wir eventuell sogar noch Unkraut spritzen. Da könnte auch ein bisschen Mai warten. Wenn das Raps erntereif, nicht im Mai, Juni. Ich glaube, ab Juni wäre er erntereif. Ne, Juli. Ab Juli. Und hier die zwei Felderköpfe auch theoretisch zusammenlegen. Wenn die eh immer das gleiche bekommen, könnten wir sie auch zusammenlegen. Dann haben wir ein sehr großes Feld. Genau, das machen wir nach der Ernte. Legen wir sie zusammen. Einmal komplett kalken. Ja, das Unkraut muss definitiv weg. Und jetzt die Vorgewendebahn. Und um damit. So. Ja, das erkennt er. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir erstmal rein. Anhänger müssen ganz nach hinten. Der Strautmann. Ballenwagen. 2. 2. 2. Und dann war es. 0, 0, 10 haben wir glaube ich. Ich glaube 0, 0, 10. Müsste es sein. Farbe Fahrgestell lassen wir. Radkombination. Ja. Nehmen wir die Radkombination. Das müsste passen. So. Dann tun wir uns den Anhänger mal abholen. Nehmen wir. So. So. Ich wollte noch nach Verträgen gucken. Ja. Ah, ich wollte noch nach Verträgen gucken. Ich werde gerade wieder so viel auf einmal machen, das ist Wahnsinn. Aber ich vergesse jedes Mal beim Händler hier erstmal beim Rabatt rein zu gucken. Scorpio, oh, das Wasserfass, ne? Da hätten wir vielleicht nochmal eins. Ah, bringt mir ja nichts, wenn ich da zwei hätte. Das wäre natürlich auch Schnicke. Aber zu viel Geld, der kostet einfach zu viel Geld. Irgendwie auf die 37 machen wir Sojabohnen drauf. Vielleicht mal gucken, ob wir uns nicht die 41 noch kaufen, ne? Mal gucken, was die 41 dann kostet. Ah, da würde ich dann warten bis im Sommer, bis da eine Frucht drauf ist. Wenn wir schon rückwärts fahren. Ah, da hat relativ gut geklappt. Mal gucken, was die Breite einstellen. Mal gucken, was die Breite passt. Mal gucken, was die Breite passt. Mal gucken, was die Breite passt. Okay, ein bisschen enger. So... nicht Ach, ist doch nicht ganz müdlich. Okay. Hast gewonnen. So. Alles klar. So. Ja, das ist nicht schön, aber selten. Und die nehmen wir halt auch gerade mit, oder? Die guten Eier, die guten Frühstückseier. Upsala. So, sehr schön. Schauen wir mal, ob die 9.000 Stück, äh, 9.000 Euro gut investiert waren. Schauen wir mal nach. Also, 8.250 Stück sind es insgesamt. So, okay. Wo kriegen wir dann die Eier los? Das müssen wir natürlich schon in der Preisübersicht gucken, ne? Ja, also, das sieht nicht schlecht aus, ne? Aber gut, meine Freunde. Das war's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.